Oh ja, unser geheimes Geheimprojekt, Secret of Mana, wird alles noch toppen. Huge in discounts, äh, huge discounts on. Look who's shopping. Oh nein. Ha, oh, shoppen. Hey! What the fuck? Wow, voller Favre Rinde. Lass mich raten, Endgegner, Zwischengegner. Ähm, ich nehm' Schlüssel. Ne, Ameisen. Oh, das ist Bärini! Ich bitte nicht, oh my God! Nimm dir den Schlüssel. Ah! Nimm dir die Bazooka. Nimm dir die Bazooka. Ja, ich glaub' wir müssen's töten, oder? Du hast dich zufrieden noch nen Trank oder so? Äh, ich hab' nen Trank. Hey, das ist die Idee. Du musst noch ein bisschen rum suchen. Ja, wo der... Oh, Leute, Ameisen. Wir wissen, wo das Ding ist, damit wir auch gleich da hinlaufen und nicht noch auf dem Weg irgendwie getötet werden. Okay, da geht's nicht längs. Krasse Musik. Ähm... Ähm... Ja... Ähm... Ähm... Autsch. Nein, da war ein Trank. Laber nicht. Doch! Ich schwör's dir. Guckst du? Da! Ähm... Nein, da will ich nicht rein. Ich will wissen, wo der Typ ist, den wir befreien müssen und dann machen wir das Baby platt. Hier ist er nicht, aber hier ist Kohle. Hol dir die Kohle. Oh Gott, Kohle, das brauchen wir. Ja! Ja, sonst ist hier nix. Außer rote und blaue Schaufensterpuppen. Okay. Warte, ich mach ihn fertig. Hi. Wenn er stehen bleiben würde. Ach, das war das Problem beim Baby. Komm vorbei, Baby. Baby, komm vorbei! Scheiß Ameisen. Einfach random. Was ist das Baby nicht irgendwie... Nicht stehen bleiben kann. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Oh mein Gott. Hitboxen, FTV. Bleib doch... Ich hasse das, Baby. Ja, das ist so unfair. Ey, komm! Nein, nein, ungut. Autsch. Autsch. Hey, wo bin ich? Da. Triff ihn doch. Mein Gott. Vergiss, Baby. Oh mein Gott, wenn man wenigstens mal so übelst plattgetreten werden würde. Ich glaubt, deine Bubble Gun bringt dir nichts. Au, verdammt. Okay, jetzt muss ich... LOL, was? WTF? Das war unfair. Okay, go, go. Xyron. Jetzt kommt hardcore Xyron. Ich glaub nicht, dass die Bubble Gun Schaden macht. So, mal beidrehen. Doch, warte, ich mach damit die... Töt mir tot. Äh, töt. Töt, töt, töt. Töt mir tot, töt, töt. Töt er ist tot. Ja. Oh mein Gott, wo ist S? Oh nein. Da kam es an gerannt. Oh nein. Töte es mal bitte. Oh, Treffer. Oh, hab ich getroffen ab? Ja. Es ist tot, oder? Nein. Oh, schade. Oh, nein. Ich dachte, es ist tot und dann wackelt das nur so komisch zurück. Also, sag mir bitte, du hast noch ein Leben, nachdem du diesen einen Health Point verlierst. Ich denke nicht, nein. Oh Gott. Komm her, Baby. Komm her. Oh Mann. Alter, geh mal von dem Armeisenloch da weg. Das ist ungesund. Das ist ungesund. Nein, ich setz keine Hoffnung in dich, ganz ehrlich. Oder ein Hitpoint, das Baby. Nein. Es ist unmöglich. Oh mein Gott. Ja, ja. Nimm's nochmal. Ja, gehen wir mal. Warum recyceln die denn bitte, Bosse? Fast schon mal so wie bei Diablo 2. Nur, dass das Baby immer gleich aussieht. Wie kommst du denn bitte auf Diablo 2 gerade? Weil bei Diablo 2 die Gegner sich auch alle wiederholen. Nur halt mit einer anderen Farbe quasi. Oh Gott, ich hab mich verdrückt. Du bist ein Depp. Ein Troll kann man denn nochmal machen. Hoffentlich schaffen wir den Ein Troll noch in diesem Video, aber. Ich geh davon aus, da wir eh nicht viel Munition und Leben haben. Aber Leben haben wir eigentlich genug, aber. Oh mein Gott, warum muss das Baby wiederkommen? Der ist ja noch behinderter als die Würmer. Ganz ehrlich. Hm, die Würmer kann man wenigstens noch ordentlich ausweichen. Ja, die kann man auch dir ausweichen. So, jetzt hier. Kann man sich hier hinstellen und warten, bis das Baby vorbeikommt? Nein. Na hier oben gleich. Ja, weiß nicht. Irgendwann hab ich keine Schüsse mehr. Au. Jetzt schießt er bei uns. Aber gut, wenn's so bleibt. Warum nicht? Hey, komm wieder. Äh, pass auf die Ameisen auf. Ich glaub, solange wir... Oh Gott. Oh, Trempel. Komm wieder, Baby. Au. Da, komm schon. Das gibt's nicht. Du kannst schräg schießen, nur mal so, was? Ja, aber dann muss ich auch in die Richtung gehen, oder nicht? Nein, musst du nur, ich guck doch. Muss keiner kurz in die Richtung gehen, quasi. Dann bleibst du so. Ja gut, wer stehen bleiben will. Oh mein Gott, Baby, Baby, Baby. Jetzt aber. Auf die Fresse. Ordentlich. Wir haben den perfekten Platz gefunden. Oh, lol, Alter. Wie schwach, oh mein Gott. Wir sind so porno, ganz ehrlich. Ja, ne. Oh, pass auf, Ameise. Au. Au, 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 au. Besteck drin im Düst. Kohle. Aber ich scheiß auf Kohle. Ich will wissen, wo der eine Typ ist. Ach Gott. Readypack, 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 Ready, Ready, Ready. Ja, wo kommen wir nicht hin? Ach Gott, verdammt. Oh, ho, ho, ho. Boah. Was war hier nach links unten? Ey, noch mal Biddypack, Alter. Ja, aber Füße. Oh. Okay, wir gehen nach rechts. Ich hab keinen Bock auf Ameisen. Jetzt geh doch tot! Achso, ich hab keine Munition mehr. Ich hab keine Munition, du musst mir helfen. Soviel zu, nimm du das Besteck. Okay, konnte man hier irgendwie zu dem... Na. Ja, doch, ich glaub. Du musst mich beschützen. Na, ne. Soviel zu, kommt man hier dahin. Au, Gott, das will. Ich will jetzt nicht, nachdem wir das Baby so übelst gepont haben, jetzt hier auf dem Weg sterben. Ja, vor allem, ich hab keine Munition mehr geworfen. Ich hab gesteckt unten eine Bazooka. Ouch, ich hab gar keine Waffen. Oh, Gott. Ich lock sie weg. Lauf. Komm schon, wir wollen einen Scheiß finden. Oh, leu. Super. Das kann nicht sein, wo ist denn der Typ, wo ist denn der Schlüsselkram hier, Zeug? Nein, glibber, glabber. Oh mein Gott. Ah, 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 Ameisen. Lauf, ey. Lauf. Au, au, au. Oh, oh, shit, falscher Weg. Hm. Ich hab gehört, wir gehen wieder weg hier. Eh, kein. Oh, Gott. Es ist ein Labyrinth. Ich glaub es nicht. Ey, WTF, wir müssen doch nur die Kinder durch. Und du hast deine... Einfach laufen, wie schnell wie geht. Oh, oh. Hier, hier, hier. Oh nein. Ist dir jemand gefolgt? Ich hoffe nicht. Ah, ha, ha. Wo ist die, verdammte Tür? Außerdem ist das Video gleich. Muss ich gleich beenden. Ah. Tschüss. Hä, war der oder nicht? Ist doch gut, hab ich mich verguckt. Oh, Mann. Aber WTF. Ganz ehrlich, ey. Ich bin verwirrt. Da! Nee. Das Zeug, ey. Wie viele Schlüssel hab ich denn noch? Alter, 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 alter. Warte, 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 warte. Wo ist, kommt übel im Plan? Bäh. Ah, nice. So, war weh. Ich weiß gar nicht, was das Blaue gebracht hat. Da unten links. Oh mein Gott. Nein, das bringt... Oh, lol, nice. Wie hast du den gemacht? Oh, krass. Wer ist der Beste? Terran ist der Beste. Uh, uh, uh. Komm, das schaffen wir noch in time. Wo haben wir dann einen scheiß Babyschlüssel gebracht? Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Bevor wir unser 11 Minuten Limit erreicht haben. Ich glaub's nicht. Bis dann, Leute. Ciao.